Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 1. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 364 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Cashback, 50 Milliarden, Newsfeature, Facebook F8, Downvote, lokale Musik, Google Podcast und Windows 10 Update. Ich beginne mit Revolut, dem Kreditkartenanbieter aus dem britischen Landen. Der hat ja schon einige Features mit eingebaut und oder angekündigt, dass sie nächstens kommen werden. Und für die ganzen Prime Kunden soll nächstens eine Cashback-Funktion kommen. Das heisst, wenn ihr einkauft mit der Kreditkarte, bekommt ihr 1% Cash zurück. Aber nicht in harter Währung, Franken, Euro oder mit was auch immer ihr bezahlt. Das ist ja da sehr einfach und vor allem auch sehr schlicht gehalten. Ihr bekommt das in Kryptowährung zurück. Damit möchte man natürlich das Ganze ein bisschen pushen. Klingt sehr speziell, sehr toll, will ich haben. Wieso nicht? Auf jeden Fall, werde ich ausprobieren. Dann geht es weiter mit Apple Podcast. Apple hat es im letzten Monat, dem Monat März, das erste Mal geschafft, die 50 Milliarden Download-Marke zu knacken. Das heisst, alle Podcasts, die über Apple, den iTunes, die Podcast-App oder eben über iTunes am Mac, downgeloadet werden, in Summe sind 50 Milliarden Fach runtergeladen worden. Also das Podcast-Geschäft scheint zu boomen. Das merken wir ja schon seit einigen Jahren, dass es da massiv vorwärts geht. Apple ist ja natürlich da auch Vorreiter und hat da sehr, sehr, sehr viel für die ganze Community getan und tut es in letzter Zeit auch wieder öfters. Somit dürfen wir gespannt sein, wenn wir die 100 Milliarden erreichen werden. Ja, empfehlt doch den Geek Talk Daily mal weiter, dann bekommen wir auch bald 50 Milliarden. Oder endlich viele Downloads zusammen. Genau. Twitter hat ein neues News-Feature rausgerollt. Oder wird es ausrollen? Besser gesagt, das kommt immer wellenartig. Wenn ihr über Neuigkeiten lest, gibt es ja manchmal, dass der eine oder andere neben dem eigenen Zeitungs- oder dem eigenen Anbieter der News das Ganze shared. Und das möchte Twitter jetzt ein bisschen zusammenfassen. Heisst, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo in China ein Sack Reis wieder mal umfällt, dann wird das Ganze ein bisschen zusammengefasst, so dass ihr das zum einen ein bisschen diversifiziert seht von verschiedenen Quellen, aber vor allem auch ein bisschen gesammelt. So wird dem Ganzen natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt und wir dürfen gespannt sein, wohin sich Twitter noch weiterentwickeln wird. Zumindest haben sie steigende Nutzerzahlen und Quartalsgewinne zeigen können. Das ist ja schon mal etwas. Heute Abend am 19 Uhr unserer Zeit werdet ihr, wenn ihr denn möchtet, die Facebook F8-Konferenz begleiten dürfen. Zumindest den Start der F8-Konferenz wird live gestreamt. Und da geht es um Produkte wie Facebook, Instagram, die Oculus, Brille eventuell, vielleicht Messenger, WhatsApp etc. Wir dürfen gespannt sein, was es dieses Mal Neues gibt. Und ich denke, es wird sicherlich auch ein bisschen was über Privacy und Ähnliches gesprochen werden. Ihr kennt es ja sicherlich schon. Unter Beiträgen, unter Bildern, unter Videos könnt ihr bei Facebook nicht mehr nur Daumen hoch geben. Da wurde ja lange ein Daumen nach unten auch gefordert. Hat Facebook meiner Meinung nach gut reagiert mit dem, dass man im Daumen hoch ein Herzchen, ein Lachen, ein Wow, ein Trauriges und ein Wütendes reingekommen ist. Und neu soll jetzt auch für einzelne Kommentare unter dem Ganzen ein sogenannter Downvote kommen. Das Ganze wird aktuell getestet. Das heißt, wenn euch ein Kommentar besonders gut gefällt, könnt ihr den nicht nur liken oder eben diesen ganzen Emojis versehen. Ihr könnt ihn ganz einfach hoch oder runter voten. Und somit wird einzelnen Kommentaren natürlich auch Gewicht gegeben. Und somit kann man dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Socializing betreiben. Die Amazon Music App. Darüber könnt ihr zum einen ein bisschen Musik hören, indem ihr die Amazon Prime Music Mitgliedschaft habt. Habt ihr so irgendwie was um die zwei, glaube ich, oder vier Millionen Songs, die ihr euch anhören könnt. Mit ein bisschen mehr Geld einwerfen könnt ihr Ähnliches wie bei Spotify und Apple Music oder auch bei Google auf 30, 40 Millionen Songstitel zugreifen. Wenn ihr aber auch noch lokale Musik auf eurem Device habt, könnt ihr die neu auch einbinden. Heisst, ihr müsst da nicht auf einen anderen Google Play Music, der nicht mehr weiterentwickelt wird oder zumindest anscheinend macht, zurückgreifen. Oder auf der Apple-Seite auf den Apple eigenen Player. Ihr könnt das Ganze auch damit einbinden und dann die Musik darüber anhören. Wer das also möchte und in der Google oder Amazon Cloud für die Musik unterwegs ist, für den ist das natürlich eine tolle Geschichte. Dann gehen wir über. Wir waren vorher schon bei Apple Podcasts und Apple hat, wie gesagt, sehr viel dafür getan. Bei Google sagt man erst seit ein, zwei Jahren, dass man viel tun möchte und es hat auch sich ein bisschen was getan. Zumindest für die amerikanischen Podcaster haben sie da auch ein Verzeichnis aufgebaut etc. Aber bei uns gibt es das Ganze noch nicht. Jetzt sind Dinge durchgekommen, wie Google das Ganze deutlich mehr pushen möchte. Zum einen sind da automatische Übersetzungen von Podcasts in anderen Sprachen etc. Da ist Monetarisierung drin, Transkription und eben auch, wenn man irgendwas über Google, die Suchmaschine sucht, einen expliziten Satz von einem Podcast zu finden, kann man es anklicken und es geht genau die Stelle auf in dem Podcast, wo es eben darüber gesprochen wird. Solche Dinge werden dann natürlich vor allem spannend, wenn das Ganze eben für die Suchmaschine aufgreifbar ist, weil dann werden Podcasts endlich auch indexiert und könnten da nochmals deutlich mehr Push bekommen. Wir dürfen also sehr gespannt sein. In Wellen ausgerollt und gespannt sein, das dürfen wir auch, das habe ich glaube ich schon mal vor kurzem erzählt, auf das kommende Windows 10 Update. Ab sofort, sprich gestern, könnt ihr das nämlich zumindest selber manuell anschmeißen und herunterladen und bei euch installieren. Oder ihr wartet darauf, dass ab dem 8. Mai das Rollout beginnt. Auch da, wie gesagt, Microsoft macht das nicht auf einen Klopf wie bei Apple, sondern das Ganze kommt rollierend und wird dann über die nächsten Wochen bei euch und euren Windows Geräten aufschlagen. Ich empfehle euch schon mal ein Backup zu machen, damit ihr, wenn es dann soweit ist, auch bereit seid für das Installieren des Updates. Ist ein kleines Update von der Grösse her, geht relativ fix und bis jetzt sind zumindest mir keine Fehler bekannt. Somit kann man das gut installieren. Nach getanem Backup natürlich. Das waren die News zum heutigen Dienstag. Ich wünsche all denen, die heute frei haben, einen tollen Tag. Geniesst ihn. Allen anderen fleissiges Arbeiten. Viel Erfolg. Und wir hören uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.